Gute Grüße euch und herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem Virago Umbau. Wir nehmen heute den Kabelbaum und den Benzintank raus und fangen schon mal mit der Box an, wo die ganze Elektrik rein soll. Ich selbst habe ja auch noch nie an so einer Virago geschafft, deswegen werden wir uns da mal Schritt für Schritt rantasten. Viel Spaß! Musik Musik So, der Kabelbaum ist jetzt endlich raus. War eine riesen Fummelei und man muss stellenweise einige Abdeckungen und sowas entfernen, damit man den überhaupt rauskriegt. Aber, das ist ja jetzt schon mal geschafft. Und jetzt gehen wir das gute Stück hier an. Wenn wir, denke ich, zuerst hier Benzinpumpe raus, wenn wir alles lösen. Ich glaube hier die Strebe lässt sich abnehmen und dann müssen wir das gute Stück rauskriegen. Schauen wir mal. So, ich habe euch jetzt mal hier auf meinen Kopf geschnallt, damit ihr da ein bisschen besser zugucken könnt. Ich habe mir sagen lassen, bei gewissen Filmen im Internet nennt man das, glaube ich, die POV-Perspektive oder so. Aber naja, lassen wir das und legen mal los. Musik Angli兩個, der Kabel-Kabel-Kabel-Kabel, der Kabel-Kabel-Kabel. Lächeln-Kabel-Kabel. Denkabel-Kabel. Betten, der Kabel-Kabel-Kabel. Das war's für ein wögel. Treffer in einem viergang. Das ist ein wögel. Du musst also auf dem Kalkmarkt gehen. Es wird ja schon heute in einem viergang. Pferde zum Wurz baut ungen, weil das gibt nicht so viele Euro. Ich habe einen Wurz und alleine gesчасть. Der Kalks ist wieder durch den Kalks. Und zu den Kalks diam. Ich habe ein wenig Kraft geöffnet. Ich habe ein wenig Zeit geöffnet. Kaffee ok anscheinend ist hier das innere Schutzblech vorher noch ab aber dann, das war einfach gewesen Na ja, jetzt hat er verloren. Hey Freunde, so, aus Gründen die Ursachen haben, konnte ich das letzte Mal nicht weitermachen. Das heißt, es sind jetzt schon ein paar Tage vergangen, seitdem wir den Benzintank rausgenommen haben und den Kabelbaum rausgezogen haben. Aber mittlerweile sind auch die neuen Federbeine da. Das heißt, wir können jetzt in dieser Folge schon ein kleines Unboxing machen und die neuen Federbeine montieren. Und danach gehen wir dann endlich an den Elektrikkasten. Also los. So, da sind die guten Stücke. Mal auspacken. So. Hier. A, B, E. Schreiben. Einstellwerkzeug. Und da sind sie auch schon. Schick, oder? So, jetzt können wir den zweiten raus. Das war's schon. Gut. Die sehen doch schön aus. Wenn wir doch gleich mal gucken, wie sie am Moppet aussehen. So, Federbeine zu tauschen ist relativ simpel. Die sind nur oben, unten verschraubt. Hier schrauben Muttern lösen. Federbeine abnehmen das Alter. Dabei halt drauf achten, dass sie das Heckner drunter knallt. Und die neuen draufstecken. Wieder festziehen. Fertig. Und das werden wir jetzt gleich mal machen. Und das werden wir jetzt klein mal machen. Wiegefeld. Fertig. Vorher. So, wirarbeiten. Wirklich. Vielen Dank. Also. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 9. 10. 10. 10. 11. So, das war es im Prinzip schon. Die neuen Federbeiner sind drauf. Wenn ihr mal guckt, wie das den Originalen dagegen hält, ist schon ein gutes Stück, was die tiefer gekommen ist. Und ja, die YSS, die sind genau drei Zentimeter kürzer als die Originalen. Und jetzt haben wir hier auch wieder diese gerade Linie zum Reifen und das Ding steht nicht mehr so hoch. Jetzt können wir sich in etwa schon mal ein Bild machen, wie wir eventuell das Heck hinbekommen. Die Federbeiner haben sogar eine ABE. Das heißt, wenn einem das reicht mit den drei Zentimetern, einfach getauscht, dran geschraubt, fertig. Braucht ihr nicht eintragen, müsst ihr die ABE mit euch herumschleppen, aber alles kein Problem. Kann man auch beim nächsten TÜV-Termin dann einfach abnehmen lassen bzw. halt in die Papiere mit eintragen. Gut, erlaubt, dann schauen wir mal weiter. Wer mich kennt, weiß, ich bin großer Freund davon, Sachen wiederzuverwerten. Und deswegen bauen wir uns jetzt keinen komplett neuen Kasten für die Elektrik, sondern wir haben hier noch so eine alte Gasmaskendose. Und die hat ordentlich Platz. Und die werden wir uns ein bisschen umbauen, Halter bauen und setzen wir uns dann da rein. Und dann, ja, sitzt die so in etwa hier. So sieht man es besser. Und dann haben wir alles an Elektrik und Kabel. Läuft dann hier unter dem Sitz in die Kiste rein. Und dann ist das schon mal alles raus. Dann sieht man das nicht mehr das einzigste, da bin ich mir jetzt gerade nur unschlüssig, ist hier das Starterrelais. Das sitzt da eigentlich ganz gut, aber dann siehst du halt hier von der rechten Seite noch die Kabel davon und sowas. Ja, musst schon mal überlegen, ob wir das vielleicht doch auch da mit reinpacken. Je nachdem, wie der Platz ist. Aber, wie gesagt, hier, das werden wir so auf jeden Fall machen. Dazu kommen hier die originalen Halter von den Seitendeckeln. Die Plastikdinger fliegen dann nämlich auch weg. Die kommen ab und da bauen wir uns eine Halterung für die Gasmaskendose. Und dann wird das alles schicke. Dann legen wir mal los. Die Plastikdinger fliegen. Die Plastikdinger fliegen. Die Plastikdinger fliegen. Die Plastikdinger Die Plastik mindset eröst für Marshmere Die Plastikdinger fliegen ist nr. Die Plastikwellige oder Traditionen Die GlЭтоaths Nr. Die Plastik Lä Distanz 孰 Sah name also unser halter haben wir soweit vorbereitet hier die zwei verbindungsstücke das stück an der box und hier drüben die strebe am rahmen die werden wir jetzt noch verschweißen alle zusammen und dann sehen wir mal ob das so passt was wird so machen musst du diese kleinen Buchsen, die hier in dem Gummilager drin sind, ein bisschen einkürzen, damit ich mit dem Halter ganz da reinkomme, weil sonst wird das alles zu schwammig und dann schwappelt es die ganze Zeit rum. So, aber jetzt müsste das passen. Und so sieht das gute Stück dann fertig aus. Das ist auch gut stabil, nächstens hier mit der Vibration müssen wir dann mal schauen, ob das reicht, wenn auch die ganze Elektrik da drin sitzt, inwiefern das dann vibriert. Eventuell müssen wir es dann nochmal vielleicht unten abstützen. Aber das werden wir dann sehen. Bis jetzt, finde ich, da kann man sich das doch schon mal angucken hier. Ja, gefällt mir. Mal den Test. Ja, bauen wir uns hier vorne den Sicherungskasten irgendwo rein, dass man da dann auch ganz einfach jederzeit drankommt. Ja, schick, gefällt mir. Das war's dann jetzt mit der zweiten Folge von unserem Virago Umbau. Neue Federbeiner sind drauf, die Box für die Elektrik ist endlich fertig und montiert. Lasst mich doch gerne mal in den Kommentaren wissen, was ihr von der Dose haltet oder ob ihr andere Ideen habt, wie man das vielleicht noch ein bisschen schicker gestalten kann. Ansonsten, wer es noch nicht gemacht hat, Kanal abonnieren, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst und seht, wie das mit dem Ding hier weitergeht. Ansonsten bei Insta, da gibt es auch immer mal wieder ein bisschen hinter den Kulissen und sowas. Ansonsten wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.